THIS IS TARDY QUINN, ONLY! KRACE ACTION! Wieder zu sehen auf jeden Fall! BBS lieb, der ist auch, ich schwör man! Wir zocken wieder lol! Vierer Pre-Mate, I'm random! Top lane, aber schreiß auf den! Auf jeden Fall checken uns an wie bei mir heute! Andere weiß ich nicht, aber geht ab! Geht krass, geht klar! Viel Spaß, macht's gut und ein krasses Gamechen! Und hier ist euer Warlex an seinem neuen PC! Der nicht mitspielt! Ja, 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 trotzdem! Du hast keine Rechte, Basti, du bist negative! Du hast keine Rechte, Basti, du bist negative! Das ist zweite Ansage! Ja, moin, ich bin Leo Werner! Und heute sind anstatt Basti und Leo und Nils und ich und Alex ist in TS! Als Moderator! Nee, als Crap-Gesicht! Nils ist das Crap-Gesicht! Wir haben kein Jungle, wir hätten auch Duel Top spielen können! Oh! Aber ich wollte eigentlich nochmal von Nils einen TF-Port sehen! Sie könnten immer noch Duel Top spielen! Okay, ich mach' das mal weiß! Ernsthaft? Wieso nicht? So ein fette Redia-Darons gegen Zingsau und Jack-Gesicht! Ja, da darf ich eigentlich was dran, Herr Leo! Oh Gott, dann wird das Battle of Baron übrigens lustig! Das wird nicht lustig! Es sei denn, wir haben Acer oder so ein Dreck! Oder du steckst nach Schorze! Halt die Frotte! Spielst du mit? Nein! Wir haben auch die CT-Emo schlecht! Ich rufe meine Freundin an und frage... Ne, und sie fragt... Was geht? Ich sage, es ist Samstagabend! Konkret! Die geht zur Party, zur Party! Ich bin mir echt angepisst! Jetzt gib mir doch einfach das Passwort! Ich mag doch nichts damit! Nein, du hörst das Passwort Käsekuchen123 nie bekommen! Okay, Nils, ich schick dir das Passwort! Nils, das Passwort ist Käsekuchen123! Okay, finde ich gut! Gut, dass ich es mir selber aussuchen konnte! Ich schick dir das Passwort! Sag's mir doch einfach! Ich sag's mir doch einfach! Ich sag's nicht jetzt hier, dann weiß es ja wirklich jeder! Wir wissen das nicht! Wir wissen doch alle! Achso, ja stimmt! Oh! Ja, okay! Passwort ist... Leo hat... Glanz im Gesicht! Hahaha! Ist dick! Ist leider richtig! Ähm... Ne, wer weiß... Jetzt weiß doch wirklich fast jeder! Das stimmt! Ähm... Ja, das ist... Das ist Sinn! Ja, aber Nils hat noch nie mit Felix screamed, außer mal ab und zu LOL! Und die Stellgeräusche nervt einfach übel! Manchmal so Raze Musik! Und dann vor allem... Und dann vor allem... Hallo! Dennis, wir sind in... In-Game! Wir sind in Aufnahme! Oh, genau! Aber wir haben schon... Ja, Dennis hat immer Rechte! Dennis hat immer Rechte! Du hast diese Regel selber erfunden! Eine Aufnahme! Dennis, ich versteh kein Wort! Ich auch! Eine Aufnahme! Dennis, deine Mikroqualität ist die beste, die es gibt, Alter! Ich weiß! Gebt die, Alter! Das... Die Waffe von Graves ist nicht komplett verbunden, da schwebt teilweise was! Ha, toll! Basti! Also... Ja... Flammsorgen... Basti! Basti! Ja, ne... Wie ist eigentlich das Passwort, hä? Ach! Fuck aus! Ich hab's ihn doch geschickt! Boah! Basti! 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 Ich freu mich schon auf die ersten Störgeräusche! Hi, Fisch! Was geht?! Gleich mal hier für, die Mucke sorgen! Erstmal die LOL-Mucke richtig hart pumpen, ey! Die höre ich auch immer auf meinem Handy! Früh ist am Bus, da unten die Summonous-Rift-Mucke! Weißt du welche Musik ich vermisse? In VonLOL! Ja, ich schon! Die von der alten 3 vs. 3 Map Mh 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 Dann wär mal mitgesungen Mh Würde ich immer noch machen Das war Felix früher, wo wir jedes Game da gewonnen haben Hä? Ich hab mit dir Games gewonnen? Halt den Maul Das war böse Nein Hä Nils, welches Game? Bei welcher Map? Ja, als die neue rauskam Stimmt 3 vs. 3 am Anfang noch nicht richtig nice Ich glaub nur, ich hab mir irgendwie jedes gewonnen Egal welches wir gemacht haben Das stimmt Zur Party Zur Party? Krass, die sagt das echt übel nice Ja, aber die sagt das glaub ich gar nicht so Sagt das auch nicht so Genauso wie immer Ja, der sagt das auch Immer Das stimmt Das stimmt Die Leute, die geht ja schon wieder auf die Nerven Obwohl, die geht ja nie auf die Nerven Aber die ist viel zu laut Hat einer von euch CC-Clean auf seinem PC? Ja, der macht das nicht, der macht dann nur alles unclean Das stimmt gar nicht Weil das ist unclean, lasst er Hä, was, wie, warum? Hast du alles Felix? Ich hab's ja Aber es ist von mir nie viel, das lohnt sich nicht, aber Bei Leo seinem Lunt sich das glaub ich übel Der hat öfters mal pro Monat 2 GB oder so Was? Hat er mal gesagt Nein, Alter, das ist davon noch nie gecleaned Lass mal alle CDs runterladen Alle Kotz Was? Ey, klar, Ghost-Zone, oder? Ja, ja, aber das ist noch riesig und ich baue den ja dann irgendwann mit ab Ach so stimmt, du kannst dich ja nicht nebenher laufen lassen, du hast ja dann keinen Monitor Oder keine Waus oder irgendwie sowas Hä, doch, Monitor hast du doch Was, die soll ich drauf gehen? Monitor schon, ja Ja Kannst du den PC ja immer daneben stehen haben Kannst du, und dann steckst du einfach immer um Wenn der ja installiert, dann brauchst du ja eh nix dran machen Tust einfach, hab ich bei meinem alte Neufer Aber das Problem ist, ich darf ja nicht dran spielen und der steht ja da noch nicht in meinem Zimmer Ja, hast du Menschen Ja, also, du bist ja grad nicht in deinem Zimmer, oder? Nur Ja, also, der steht ja daneben dein normaler PC, oder? Da oder da Ja, also Ja, also Also, als ich mal neu hatte, hab ich erstmal alle Games an Steam Äh, den Download gestartet zu tausende Games Dann hab ich erstmal 300, 200 GB runtergeladen Ui Na, was? Wie viel? 300, 200 GB Wir können doch auch die ohne, oder? Naja, ist okay, dann schon lieber auf den Temo Timo 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 Du kannst doch wieder herangehen, das ist ja dann im Endeffekt Nein Ich hab ne kackiges Wort gehauen Ja, ey Timo Zur Party Zur Party Zur Party Zur Party Okay, okay Die, mal hab ich geflasht, egal, die scheiß Dinge Deo Hm? Vermisst du nicht auch die alte 3x3, äh Musik? Ja Ah Nein Ah, mein Gott Das war einfach so schön Oh, geh weg ja ja ich möchte ja ich hab noch ein jähriger dann ist der spieler noch aber ich habe ja ganz vergessen okay das wird sogar was weiß aber von hier kann man irgendwo in den busch darüber hinsetzen versucht es jetzt mal nicht böse werden was ist es zu von hier aus und auch passt sie ja das ging wirklich das geht immer noch nicht so sehr das muss ein ganz genauer Punkt sein und es kann eh gepusht das war genau so genau so wie vom Trägen hoch zu wollen genau in 2 was auch so ein Punkt der ja auch aber es ist auch ich habe auch schon gefällt ja ja das ist wie wir uns gar nicht weil es bleibt wo es zweimal fällt ja klar das kenne ich also ich weiß nicht wer das ist aber ich kenne das Video es ist ja wenn ich mich nicht mehr lustig ist wir spielen und das kann man mehr wir bringen wir haben wird noch ein paar ja klar die Zeit laut Pro und so so dass das ja 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 so Party so Party Diskross ja 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 denn jetzt brauchst du wieder aufmerksamkeit und ich sag was geht wir gehen zur Party, zur Party also die, die das sagt, zur Party die ist echt der größte Assi von dem ganzen Dingel oh no what the fuck, die hat den Damage nicht schlecht ganz viele Autotext machen wir machen es auf die Socken, um die Party zu rocken ne ne ne, Moment, es geht doch irgendwie, wir wollen nicht zuhause hocken nein 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 das will man ja einer erklären bitte das sagen die gar nicht wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken Nils? ja da war kein Wort am Start, oder? ja 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 aber trotzdem kann ja einer von Mitte kommen oder so bitte Games kann mir jemand erzählen, was ist mit Graves denn jetzt kommt ein Blutwester und dann kommt ein Blutwester okay jump around and get high ranks don't move spammy, win all gangs hey don't noob ernsthaft was Blutwester zuerst leer Boten Blutwester am Anfang geht immer, alter ich dachte mit irgendwas schon, äh, okay hab ich auch gedacht Infinity Edge weil irgendwie so Burst passt so zu Infinity Edge und seine Waffe ist nicht komplett verbunden ist da nicht irgendwie so oben so ein Teil das das Ding verbindet ne ne komplett durchsichtig wenn ich da so an meinen Charakter ran zoome dann ist da nichts vielleicht liegt es auch nur in der Grafikeinstellung glaub ich nicht es fängt an, es fängt an mit den Pilzen, ich weiß es echt so gut Alter, und wie viel er mir jetzt zieht Buschus, ey Shitty Flames, jumps around and get high ranks Don't spam me, we're no ganks Buy down's plate and add one more Want to see a trick? Bonkartes Programm Ah Oh scheiß drauf Oh nein! Oh mein Gott Don't noob spam me, we're no ganks Fuck Fuck Ich bin oben Fuck Fuck Wir haben gar kein jungle oder? Oh nein, Alter Der Spieler sind im Grund kein jungle Der ist ein Dixer, toll Letztes Blue hätte ich den killen können Oh Oh Buy down's plate and add one more Da wäre ich so böse geworden, mich das getroffen Fizz in my hands. Ja. Okay. Sag als auch, dass wirst du auf K sein, also. Was? Sag als auch, dass wirst du auf K sein. Ich hab gleich Wohlt. Ich hab nicht Wohlt. Nies, du musst jetzt sagen, halt dein dummes Maul. Come on, let's go. Come on, let's go. Bad in time. Wir haben die Gegner, so wollte ich auch eine Lona. Oh, Leo, warum spielt Leo Schäckow, das ist auch so ein übelsäglich Leo-Char. WTF? Das ist der wenigste Leo-Char, der uns geht. Ja, jeder hat aber so einen Champ, mir ist das ein übelsäglicher. Ich bin Bock auf Schäckow angegangen. Nee, 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 für Leo gibt's nur ein paar Champs, die gut, also mit denen er gut ist. Ja, ja, das ist beim Leo gibt's ja nicht so... Und da, aber es gibt viel mehr Champs, die keine Leo-Champs sind, mit denen er scheiße schlecht ist, vielleicht möglich. So wie Morde. Wir sollten jetzt gleich mein Geld, weil die ihren Stun gewastet hat. Morde. Morde. Äh, wie ist sie hin? Morde war Leo doch mal übel gut. Ha! Nee! Bitte! Was soll ich da? Kannst du das mal wiederholen? War Leo nicht mit Renekton oder so übel schlecht? Er auch. Ich weiß es nicht. Den können ich mir als Leo-Champs vorstellen. Ja, ist eigentlich voll der Leo-Champs. Trinda ist auch übelster Leo-Champs irgendwie. Ja, klar. Es ist klar. Jetzt vielleicht ich das Leo spielte, vielleicht jetzt nicht so oft, aber war es eigentlich so ein richtiger Leo-Champ. Einfach nur drauf, die ganze Zeit. Und dann so ab und zu mal so einen in den Split-Pusher-Team-Assi bringen. Und am Ende einfach nur richtig oben sein. Oh ja, so geil. Ich hab gehört, Jonas, bist ein ranziger Volag. Oh ja. Oh ja. Scheiß, verwickte, verwickte, urensohn. Sondern wir bräuchten heute echt mal einen Gang oder so. Ja, ich geh echt nicht gleich, warte. Aber die Wechsel weg, finde ich gut. Graves Guide. Lass mal gucken. Ja, das war ein Endung. Richtig übrigens, Alex. Warum? Ich hab nur gesagt, er regt wirklich gleich ein Gang. Achtung, nicht in SS. Ich weiß nicht, was du von mir willst, Sebastian. Ich spiele euch das gern wieder alle. Wahrscheinlich schon. Ich spiele auch gar nicht. Ich hab doch gesagt, es ist schon ein Rennen. Bastian, ich weiß nicht, was du willst. Bastian, was willst du von mir? Hallo, ist Bastian. Bastian, ich brauch dringend Blue, kann mir einer helfen. Du hast Lavin, du bist gay. Schwuchtig. Bastian, du bist mit mir? Ja, ich stehe. Du bist doch mal Schwuchtig. Das ist ja manchmal echt. Was? Oh, hier ist alles, ciao. So, ein Greg, alter. Hier muss man Kacktschern, kann ich immer irgendwie liegen. Ja, ich mach das. Death Note eintragen und so. Danke. Fertig. Da gibt es nichts, für den das macht. Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. Schade. Leo, Leo. Jure. Überraschung. Boah, ich überlege mal an Zeit. Scheiße, der Mittower fällt. Soll ich mir trotzdem jetzt schon Wayne holen? Soll ich mir jetzt schon Wayne holen? Wieso nicht, Wayne ist hoch? Der macht einen Galos. ok was hat die alle zählspielen ja zum beispiel jetzt war es wie du play war hatte ich schon ein paar gute games mit dem noch schlechter sein wahrscheinlich ja ist es auch nicht mehr ich habe ja auch nicht nämlich auch scheiße als support oder was ja du hast noch mehr support oder raka noch raka kann jeder spiel also leo muss schon mehr supports haben weil du bist so mit treasure richtig schlecht so ein tarik ist auch voll der leo char ja tarik habe ich noch tarik ist ein guter supporter übelst aber du merkst halt nichts davon wenn du gut bist du buffst halt die ganze zeit aber ich finde es ist mir eigentlich dann immer relativ egal deswegen bockt sich auch tarik ja laut diesen ganzen tierlisten die grad rauskommen ähm ist ja tarik und annie irgendwie die besten supporter im moment aber seit wann schmied man endlich sofort wieder zurück was seit wann spielt man endlich sofort zu übel seit wir haben das irgendwann in korea gemacht dann ist es zu amerika gekommen und dann zu europa und wenn man sich einfach richtig spielen kann ist es zu übelst so ja das ist einfach schon am anfang kann man so easy den passkriebe kommen ja was macht der treme da jetzt keine chance wie ich das ja das ist schon ja leid für die treme was kann zu tanken und alles bei mir läuft also ja und wie gesagt terry ist noch übelst so p ja das war jetzt schade gerade schokolade sagst du ich hab nicht drüben in der Mitte oh ich kotze es geht schon wieder an Tracks Thiemolde Nullt Laie Nullt Laie auch Thiemo immer Thiemo und die Randoms haben auch nicht so ein gutes Game gemacht der Random und der 3,5 ja der war so ein richtiger Leo immer gierig ganz deiner gierig Xen ist halt auch übelst der Leo Chub was ist eigentlich mit dem hast du den? bekannst du den? ja ich den und spiel ab und zu spiel jetzt hat er was für mir geraten zu spielen hab ich übelst sag mal mal ich find der ist übelst op ich hab mit dem entweder ein gutes oder ein schlechtes gierig der Xen Xen's aus ich find der ist übelst op alter vor allem als Jung da auch noch einfach hinwingsen dann 3 schläge machen fliegt er nach oben das ist einfach alles op unser übelst der one and one ich weiß noch was ins Film am 3-3 jetzt mal Xen gefickt hat alter Nils jetzt beginnt Nils Nils Passwort war der Alex immer auf die anderen schieben immer auf mich schieben ich bin nicht kacke fickt euch alle wann warst du ohne Haar oh darf ich aber jetzt nils ja oh my god ich porte mich die hab ich doch völlig außer Augen nils 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 An ally has been slain Ey, what the Dude Ja Alter, alter The fuck Wo ist dein Kappen? A Pistol Laufbüh Dekko Pusher, Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 1 gegen 1 Never surrender Alter, jetzt komm schon Aber jetzt wird Checko gepusht Jetzt wird Checko Pushing Ultimate gespielt Wann irgendwie Was? Checko Pushing Ultimate Du hattest meine Ulti gemacht I'll show them Der fuck, wo kommen die alle? Aua Aua Achtung, die Emo Oh my god, die Emo Warum sagt Christy mit vorher? Hast du die ins gemuted? Uhhh Ich hab 10 Leben überlebt Also Ich hab jetzt die Storbe Einen abgewiesen Oooo Knappe Kiste Gerade gegen das Schild Bei mir war's knapp, Alter 10 Leben Das Schild von der Leona Explodiert Gerade als ich den E gemacht hab Aua Hoop 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 Sollte mir ja bei den vielen Giften und so Sollte ich mir eigentlich mal drehen ja korn ey wat daf dein torriere wurde getötet wana see a trick ha wana see a hat trick helix wana see a hat trick ey wat se ey wat se hell der Potsdam Wotze und sie weh also Pülze, oh mein Gott, ich höre Hey Wotte? Tee Wotterschütze, auf der Weg ehrlich, Tee Wotterschütze, Check-Unterschütze, in mein Richtung Hey Wotte? Oh, ich hab das überlebt Leute! Ja? Oh, ich fülle die ab Leo, komm zu mir, hilf mir, Tee Wotterschütze Du kommst doch da weg, Alter, da ist doch sogar noch ein Taurer von mir da Woah, 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 so halt noch ein Taurer Ja, was sagen Quatsch, ja Fuck So ist gut Hey Wotte? Was gibt's denn? Eigentlich ja nix, aber du sagst das ziemlich oft ist mir auch ein Ja Felix, konntest du Assassin's Creed Easy einlösen? Nee, das war richtig scheiße Aber inzwischen, ich hab's ja sogar gar nicht gekonnt Aber inzwischen müsste es einfacher sein, weil ja wie du play jetzt besser ist Ich hasse euch alle, trägst Timo Pilze Muss man den Code bei Promocode oder muss man den eingeben? Keine Ahnung Ich hasse euch alle Warum? Was? Da war jetzt irgendwie böse Nee Alter, Alter, ey Da muss ich wohl einen besseren Timo-Push reinhauen, ey Fühlst du dich nicht Nee, ich jumpf gleich rein, ich jumpf rein Da muss ein Hydra her, Alter, da muss ein Hydra her Willst du einen Trick sehen? Ah Du musst Top Tower endlich mal schaffen, Alter Ich... Bist immer eh noch immer noch beim ersten Tower Wir sind nicht mal den ersten Tower geschaut Immer noch beim ersten Tower, hoony, hoony Ah, mit Shackle-Pusher sind wir bald schon beim dritten Tower Echt jetzt? Stimmt huh FGI F∫F∫F∫F∫F∫F∪F∪F∦F-F∥F∬F∫F∦ F∫F∫F∫F∪F∪ Leo er kriegt mich nicht er kriegt mich nicht komm schon Moin Leo Alter hier in der Raumeukel erstmal zu smoken wo ist raufen smoke weed äh äh ja scheiße ulti so eine Minute hab ich noch nie gemacht oh Alter oh mein Gott Timo wird schneller helf mir doch helf mir doch es heißt Timo fuck 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 jetzt hab ich gekauft wir waren positiv Alter ich hab auf den Chat geachtet small weed da war doch gar nichts doch ich hab selber ausgeschrieben Alter tu den Kragas tu den Kragas oh lieber doch nicht wow Felix hat mal ein Ultrain ok was ich hab dich getroffen grad ich hab nur Fliezerath gehört ok Felix hat mal ein Ultrain ich bin der Pusher Basti lass mich alleine lass mich alleine ich bin Pusher alle Dance Session Dance Session Dance Session Dance Session Dance Session hey hey Naja hell shit55 Ja, nur wer wir sind, nur bei Drinks. Mach das. Ja, das war... Dennis, hör die Fresse! Dennis, laut der Regel. Ich versuche zu gehen, aber das ist nicht so schnell. Wir machen ja. Nein! Ich meine, wir können doch gewinnen! Nein, vor allem nicht mit dir. Wieso hat Temo immer so ne Übel... Ist das ein Thema, was übels gefeated ist, der ist doch voll squishy. Ja, du bist doch ein squishy Burster. Felix, komm mal mit Ult rein. Okay. Aber du, es gibt los, und wenn nicht versuchst, um Temo nachzukommen, dann bin ich schon halb tot. Da bin ich auch nicht, dass ich das machen kann. Oder... Ja, wenn man so sieht, dass du recht hast, hier, ja. Oli... Ja, Mann, scheiße, ihr Urppelt, Alter, nein... Willst du mal deine Ult? Nein! Ja, tu mir leid. Manchmal Nils ist die Ult nicht am Start. Nils ist am Start, hoher Sohn. Da war ich wohl nicht am Start. Niemals. Niemand! Jo, ich komm mit dem Ferrari rappen, einer Versace-Kette. Und dein Booklet sieht aus wie die Flex-Zeitschrift. Japs, High-Kicks, mit rechts'n Tritt. Bitches, die Ficke, sind geschlechtsreif. Nicht. Nicht. Das war meine gute Nachricht. Okay. Jetzt kann der Ferrari rappen. Es ist noch nichts entschieden. Hab ich krasse Action reingehauen. Mein Wordplacing macht alles wett. Stimmt. Dein Wordplacing ist nicht von dieser Welt. Nicht von schlechten Zusammenhängen, soll ich mal sagen. Japs, High-Kids, da wird reich sein. Bitches, die Ficke sind geschlechtsreif. Nicht. Mit mir Ficke. Besser, du Knastkaner-Kenn. Ich werd nicht für den Boxer gehalten wie Wasserfleisch. Dragon Ball Z. Dogebein Dawn. Dogebein Dawn. Du trainierst die Beine. Weil du in den Club... Ne, weil du in kein... Das ist Sanity, we just stand. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Heimat Vegeta. Überall zu verätzen. Kein Maske. Ge-Gener. Mein Augenblick blau. Super Saiyajin. Freezer ist tot. Dating, Super Saiyajin. Marjo, ich bin breiter als ein... Super Saiyajin. Nur wer ein Schwanz hat, ist ein... Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. ach du ich weiß mal überall fängt dich dem ja kann ich mal im Saal im Saal im Saal im Saal wir sind dir äußern die Emo bitte wir sind die Emo wenn sie mit den durch kommen ich bin in der Versace-Kette da war die Ult nicht da Nils da war die Ult nicht da Japs X 3 Kicks Ich hätte einfach nur stehen geblieben Warum Basti? Warum? Bisschen Bass gechillt, wo auch ein bisschen hoch Ja warum hast du die Ult gehauen? Basti ist ein gutes Hübchen Oh man Basti hat einfach mal im Spawn die Ult rausgehauen Es muss die Ult Es kommt Ja frag mal Basti nach einer Ult Ich hab's gewollt Ich hab's gewollt Ey Watson Das ist einfach die Krasselöse zu sagen Klaus haust einfach die Krasselöse Äh wieso kriegt Basti den jetzt auch nicht? Darauf erst noch mal Chipzäugel 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 Oh Basti Willst du nur Autotext drauf hauen Da kill dich sogar Du kannst da nicht helfen Lach lach Bei mir läuft Warum ist mein Internet zu Bett? Ich bin ein Idiot Basti Ich bin ein Idiot Basti Bist echt ein Idiot Haust die Ult am Spawn Dann machst du jetzt so ne Scheiße Du bist ein Idiot Warte Idiot Definition Ein dummer Mensch Zum Beispiel Basti Baker Redding das ist Basti Baker Duer Mensch Schreibt die Kommentare Zumindest ein Flatscreen Ne ne Das muss ich übertreiben Halt die Fresse Phoenix So viele Flatscreens hab ich nicht So viele Flatscreens hab ich leider nicht Aua 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 Bist sie denn recht? Aua Basti Aua 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 Basti Nicht zu geblieben Schrazi Kommentare Ich will aber keinen Hut auf die hauen Das Game ist schon seit Ewigkeiten für'n Arsch Schrazi Aua hou Aber ich brauche'n notre AD 캐�ray pusher Das war schön Nils. Was? Die Wutlen? Ich komme in Paraguay mit einer Versace. Wenn ihr das Gesang so gut fandet, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es scheiße fandet, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Kommentar da. Oh, das ist so tanky. Wenn alle zu tanky sind, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von Basti am Ball? Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass Basti rumtrollt? Schreibt es in die Kommentare. Ne, lasst einen Kommentar da. Lasst einen Kommentar da. Unten in die Comments reinflößen, bitte. Was? Was kannst du nicht? Nicht so wichtig, ok? Torh, 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 Torh. Felix, Ultwetti. Jep, sorry, Kicks. Einfach tot auf euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Temo, Temo. Wo ist denn noch gereckt? Gönn jetzt, Pasti, gönn jetzt. Du gönnst nie was, Alter. Pasti, was gönnst du denn jetzt schon wieder? Alter, Pasti. Alter, halt doch mal die Fresse. Nein, mehr jetzt, was du nie was gönnst, schreibt es in die Kommentare. Ja. Ey, wie ist das Game? Wieso? Ich bin 20 Sekunden wieder da. Ok, ok. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ne, die können halt echt nicht beenden. Weil die ein Arbeiten hier mal haben. Meine Sets, 8, 8, 8. 8, 8. Felix! Wir wissen, wie du eingeschöpft bist. Ja. Jetzt, komm, jetzt, hau halt rein, hau halt rein. Dann können wir direkt meine Wombo kommen und machen. User entered your channel. Guck, Alter, der Thema. Was ist das für ein Tricksbender? Ich hab deinen Ult gar nicht gesehen, Nils. Moin. Mann. Ey, man kann's extra machen, wenn jetzt dein Ult nicht da. Wie immer. Irgendwann. Alter. Alter. So viele. Basti, komm schon, alles drauf. Ja, immer ein Autotick. Immer ein Autotick. Basti. Nils, genau drauf. Felix, du musst den Scheiß tanken. Basti darf nicht. Wir dürfen nicht. Verlieren. Basti, alles draufhauen. Alles draufhauen. Oh mein Gott. Aua. Lass mich hin. Basti, du musst weiter draufhauen. Ja. Wir können verlieren, wenn du dich draufhauen. Ja, sonst gewinnen wir noch. Deswegen, Basti, hau drauf. Wenn ihr wollt, dass wir noch gewinnen können, schreibt sie gut an. Lasst's kommen da. Äh, rein in die Fußnoten. Ich komme, euer Steckung. Ich hab mein ganzes Mana verbrutzelt hier, Alter. Von Deffen. Äh, die haben nichts mehr gemacht. Sind die irgendwie dumm? Alles, die will doch so oder so. Alter, wer timet dann mal aus? Das soll man gar nicht mehr herkommen, oder? Alles. Oder? Nein, wieso das denn doch? Aber das nervt. Lutz, das ist ein kurzer Satz. Ja, Alter. Dieser Satz zerstört mein Leben. Japside Geeks, dann wird rechts. Ist Leo ein krasser Kerl? Schreibst du die Kontrolle? Oh mein Gott, Leo. Leo. Ist Leo. Oh mein Gott. Wie? Das ist nicht so. Ich bin nicht. Hm. Der einzige ist squishy und vielleicht jemand ein bisschen. Aber mehr, Alter. Fuck, da kann sie nichts machen, Alter. Lass uns nicht daran, Alter. Hauen, Vorschreiten, Leute! Verdammt! Knapp, knapp verloren. Knapp verloren, ich auch. Knapp verloren, ich auch. Knapp verloren. Mann, nirgends zu saus, die werden feeden, Alter, ey. Und diese Chekos, die irgendwas um das Game zu carry, eigentlich ist auch carryen können, aber immer so ein Basti, das ist einfach Game Renewiert. Wenn ihr schreibt, dass die zu Basti es Game Renewiert hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr meint, dass die zu Basti es Game Renewiert haben, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß euch so oft, die sind so heftig. Wenn Basti uns richtig heftig hasst, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, was ich kann ja Videos anschauen und aus deinem Freundeskreis. Doch, doch. Wow. Ja, ich weiß, du bist immer dabei, du machst immer alles kaputt. Weißt du? Okay. Ich geh auf, tschau. Tschau.